ein durchmarsch und ja dann das letzte ding auf die homepage gestellt dann ging ich runter in die garage und da kam ein auto in die garage und es brauchte ganz lang vor dem tor und irgendwie habe ich gedacht hier stimmt was nicht also habe ich mich mit dem pfiff hinter einem auto versteckt dieses auto fuhr rein und stand zehn minuten in der garage vor meinem auto und ich habe gemerkt hier ist irgendwas stimmt irgendwas nicht bin ich raus gerannt und blöderweise nicht in mein haus sondern weil meine sekretärin das auto holte und dann in der forststraße war und die kam nicht sie kam einfach nicht um die ecke gegangen da kam sie auch nicht ich habe mich nicht mehr zurückgetraut weil ich dachte da stehen jetzt die zwei killer vor der türe wie auch immer dann war kein mensch da in dieser weil ja alles weg ist ja dann war da irgendwie ein auto gekommen die habe ich dringend gebeten irgendwie die polizei zu rufen haben sie erst mal fünf minuten sich geweigert dann haben sie dann habe ich gemerkt es ist ein riesen fehler die polizei zu rufen die ich bin ja der größte staatsfeind im moment der polizei scheiße und habe ich gesagt bitte ich fahrt mich doch jetzt geschwind mal um die ecke haben sie sich geweigert zwei junge leute um die 30 mich um die ecke zu fahren oder gar zu freunden dann kam die polizei ich habe gesagt ich fühle mich verfolgt dann haben sie mir handschellen angelegt und zwar hinten ja hinten dann haben sie mich auf dem boden gedrückt mich im dreck gewälzt massiv polizei gewalt angewendet dann haben sie mich mit den handschellen hinten nicht vorne ins auto gesetzt und mich dort zehn minuten sitzen lassen das auto war auch abgeschlossen dann haben sie mich bei mir um die ecke hier da ins polizei in die psychiatrie gebracht dort waren vier polizisten plus drei pfleger plus glaube ich noch die ärztin die kam aber erst zehn minuten später die musste glaube ich noch anweisungen von ganz oben wo auch amerika kriegen dann habe ich sie gebeten mich hinsetzen zu dürfen dann sagt dieser eine polizist dieses arsch auf das setzen sie sich dann hier ist eine bank und dann war da keine bank also hat mich für vollkommen bescheuert gehalten dann hat er weil ich weiterhin gebeten habe mir die handschellen frei zu machen wie soll ich denn wen habe ich habe ja auch niemanden irgendwie gefährdet ich hatte um polizeischutz gebeten dann hat er mich wieder auf den boden gedrückt und hat meinen kopf in einem meter höhe auf den steinboden geknallt keiner hat was gesagt niemand hat reagiert ich habe es bis heute noch nicht verbunden gekriegt ja dann haben sie mich gefragt ob ich mundschutz tragen wollte habe ich sagt nein dazu soll ich mundschutz tragen dann haben sie mich zu viert getragen weil ich mich geweigert habe weg zu gehen und auch die handschellen ja noch an hatte habe ich mich geweigert haben sie mich getragen zur ärztin die gefragt hat warum ich mich verfolgt fühle und warum die kennen mich alle die wissen ja alle wer ich bin das ist ja klar die ganze welt weiß wer ich bin so und dann haben sie mir irgendwann doch die handschellen abgelegt und dann haben wir haben sie gesagt ich kriege keinen anwalt ich darf niemanden anrufen ich hatte ja auch mein handy nicht dabei das wollte ich nämlich nicht mitnehmen nach wilhelmsfeld zu meiner sekretärin zum grillen damit die nicht auch noch geortet wird ja dann haben sie mich zwangsweise die ganze nacht in den in guantanamo hochsicherheitstrakt der psychiatrie den kannte ich auch noch nicht ist auch neu eingerichtet da lag ich auf dem boden keine toilette ein waschbecken ohne seife kein handtuch und sonst nichts ich kriegte aber ein wasser ich kriege den wasser ich will mich jetzt mal nicht beschweren ich kriege den wasser das doch auch toll dann dann wurde ich verschlossen also ich konnte nicht raus ich konnte klingeln aber nach dem dritten mal kamen sie nicht mehr hätte sie da auch ersticken können sie brachten mir aber kulanterweise doch ein klostuhl da konnte ich da rein pieseln der war dann auch inzwischen voll heute mittag dann stellten sie mir heute morgen dann wollte ich einmal raus dann hat mich der pfleger mit gewalt wieder zurückgedrückt also ich war wirklich im hochsicherheitstrakt hier ja wie ein schwerverbrecher wurde ich behandelt gestern bis heute nachmittag dann brachten sie mir heute morgen frühstück stellten es mir auf den boden habe ich gesagt vielen dank könnte ich vielleicht einen tisch und einen stuhl haben nein sie sind hier in isolation sie nennen diesen hochsicherheitstrakt psychiatrie heidelberg isolation weil ich ja so ein killer virus in mir trage den ich ja schon im februar hatte wie wir alle dann habe ich irgendwie zwischendurch doch ein bisschen geschlafen gefrühstückt habe ich nicht immer wieder dann kam endlich mal irgendwann um zwölf keine ahnung ein oberarzt der mir erklärte wenn ich mich verpflichte mundschutz zu tragen und immer 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 dann könne ich in die geschlossene abteilung die jetzt nicht mehr roller heißt sondern isolation oder isolation heißt dann habe ich gesagt ja gerne und ob ich mich bereit erklären würde sechs wochen in der psychiatrie zu bleiben habe ich sagt nein ich gebe nicht freiwillig sich bitte um einen richterlichen beschluss durch das amtsgericht betreuungsgericht ist das da zuständig so aha den habe ich also bis heute noch nicht obwohl ich jetzt seit fast da ich bin noch nicht ganz 24 stunden eingesperrt aber du wirst es nicht glauben du wirst es nicht glauben ich komme jetzt also in einem wirklich ich habe ein upgrade bekommen hier im gefängnis ich habe ein upgrade bekommen ein wunderbares zimmer ich habe eine dusche ich habe also in meinen klamotten geschlafen konnte mich nicht waschen konnte gerade pieseln ja dann kriege ich ein upgrade ich habe jetzt ein schönes großes zimmer ich darf mein handy bekommen habe ich jetzt gerade bekommen ich konnte duschen um vier ich kriege auch nachher gott sei dank was zu essen jetzt haben mir meine freunde die bücher gebracht ja und jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen hier diese isolationsstation auf der vielleicht 25 leute sonst immer sind sie ist mit mir als schwerst psychiatrie patientin oder hochschwerst verbrecherin und die anderen drei sind ja auch noch drei ich darf hier nur mit mundschutz rumgehen sonst könnte ich ja die armen schwestern infizieren aber immerhin ich habe jetzt ein bett ich habe eine toilette ein bad ich konnte nicht duschen es fehlen noch ein paar sachen sie haben mir jetzt alle bücher gebracht und jetzt warten wir mal die sache ab gestern der durchmarsch mit meiner shut down beenden leicht gemacht du hast es ja auch bekommen bitte du kannst dieses video gerne teilen ich bin jetzt hier gott sei dank muss ich sagen hier diese mädels sind alle super nett das ist abgeschlossen also meine freunde dürfen mich auch nicht besuchen das heißt ich bin irgendwie auch in sicherheit vor ja ganz dunklen mächten liebste schwester ich sage dir es ist alles noch viel 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 schlimmer als ich es in meinem eilantrag an das bundesverfassungsgericht geschrieben habe es ist so grauenvoll aber jetzt bin ich hier und wenn die 83 millionen menschen in deutschland und die fünf milliarden menschen auf der ganzen welt nicht checken was hier für eine für eine tyrannei in windeseile errichtet wurde mit lügen und betrug und der größten fake geschichte mit angst und panikmache mit corona dem villa killer virus an dem in deutschland noch kein einziger mensch gestorben ist wenn die menschen das immer noch nicht begreifen so bitte teile dieses diesen kleinen chat so oft du kannst ich grüße dich es geht mir gut ich werde versorgt und ich bin jetzt hier auch sicher wunderbare nette nette drei vier fünf pflegerinnen die sind auch wirklich lieb ich brauche ja jetzt ich habe sogar ich habe jetzt sogar ein tisch noch reingestellt bekommen stell dir vor ich kann jetzt also auch sehen drei kieselchen mehr ist nicht wir dürfen auch nicht in den gemeinschaftsraum wir vier patientinnen sind nur vier drei sind wirklich krank meine nachbarin ist sehr 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 depressiv 28 jähriges mädchen hier aus heidelberg wo der geht es ganz schlecht aber wir rauchen gelegentlich zusammen haben uns heute kennengelernt ja ansonsten ist die station und die ganze jedenfalls die hier komplett leer und nur für staatsfreie und schwerverbrecher wie mich mit mundschutz den ich tragen muss sonst werde ich wieder in sonst komme ich wieder in den hochsicherheitstrakt mit mit dem boden schlafen aber ich möchte sagen in der türkei wäre es schlimmer oder irgendwo da werden die böden wahrscheinlich verschissen und verkackt gewesen ich hätte kein klopapier bekommen immerhin hatte ich einen klostuhl bekommen weißt du diesen nachtstuhl kann man sich draufsetzen und dann pinkelst du in den nachtpott was habe ich getan mein geschäft habe ich heute auch habe ja noch nichts gegessen ich hatte morgens drei kekse gegessen ja also die polizei dein freund und helfer hat mich schwerst körperlich misshandelt muss schon sagen den kopf auf den steinboden schlagen hier in der psychiatrie hier vorne soweit sind wir schon weil jemand seine meinung äußert und mal geht mit einem eilantrag der ja erfolglos war eins ist klar der mann der das und verfassungspräsident werden möchte der herr harbert der wird es sicherlich nicht mehr so jetzt gebe ich den menschen paar wochen zeit zu realisieren dass sich hier der schlimmsten tyrannei auflegen ich bin ein schönes exakt was allen passieren wird auf der ganzen welt wenn sie nicht jetzt endlich aufwachen und sehen was das für ein terror terrorregime wie dies die welt noch nie nie gesehen hat da können sich mao hitler und stalin wirklich eine scheibe abschneiden und auch der trump kann noch was lernen in sachen fake news das kann ja noch nicht so gut wie ja wer auch immer böse 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 möchte die uns hier tyrannisieren terrorisieren und ich muss sagen ich hatte heute nacht wirklich ängste ich hatte gestern abend ängste dass sie mich umbringen hier dass die spritze setzen auf anordnung ich hatte nachts dann mal auch irgendwie angst dass sie mich wegfliegen und ich hatte wirklich glück der fifi war nämlich dabei und eine nette polizistin brachte den dann auch zu mir ins haus ich bin ja hier schreck gegenüber das ist ja vorstraße eins oder zwei und ich bin ja an der vorstraße drei mit meinem büro in meiner wohnung und dann haben die also den jackie abgegeben und dann den drei freunden im haus bescheid gegeben also es war wenigstens bekannt und ich bin nicht komplett verschwunden weil ich hatte kein handy dabei ich konnte ich durfte niemanden anrufen und ich glaube wenn jackie nicht dabei gewesen wäre jetzt wollte wahrscheinlich in guantanamo gelandet und keiner hätte es gemerkt so du liebe zehn minuten heute kleiner zwischenbericht so ging es mir um sieben habe ich meinen letzten meinen letzten shut down anleitung gepostet und um halb acht war ich hier in wurde ich von der polizei misshandelt und um acht war ich in der psychiatrie ja das ist ein schönes beispiel dafür wie es gehen kann schwester macht dir keine sorgen hier bin ich in sicherheit hoffe ich jedenfalls ich hoffe es ehrlich gesagt schon aber jetzt weiß die ganze welt und ich sterbe auch für die freiheit der vielen gestern als ich geschrien habe in der tippo straße hat mir kein mensch geholfen kein mensch die hoppen da aus dem fenster und klotzten ein junger mann mit dreadlocks der kam und gesagt was wird ihr denn vorgeworfen was hat was hat sie denn gemacht warum halten sie sie denn fest ja das geht sie nichts an ja ich weiß auch nicht was mir vorgeworfen wird aber inzwischen wird einem eben die freie meinungsäußerung vorgeworfen steht ja auf meiner homepage am mittwoch habe ich eine vorladung zum gericht weil ich zu einer strafte öffentlich zu einer straftat verleitet habe paragraf 111 strafgesetzbuch das ist aufrufen zu einer straftat ich habe zu einer demonstration eingeladen das war bis vor eben noch das fundamentalste grundrecht in deutschland freie meinungsäußerung und schwupps die wupps in drei monaten ist es also mutiert zu einer straftat aber ich denke ich habe unterstützung es werden anwälte kommen und vielleicht auch sonst menschen mal sehen ja mach dir keine sorgen ich kriege jetzt gleich was zu essen und ich habe auch hunger du darfst es alles teilen tschüss mach's gut